Heute besichte ich den Lotharpfad im Nationalpark Schwarzwald. Es werden wunderschöne Aussichten kommen, eine Ruhebank und gigantische Aussichten auf den Nationalpark Schwarzwald. Lasst euch ganz herzlich grüßen. Ich schätze euch, immer in der Liebe, in Frieden unterwegs zu sein. Dafür danke ich dir sehr. Heute bin ich im Nationalpark Schwarzwald unterwegs und besichtige den Lotharpfad. Wie ihr seht, hinter mir ist ein Schild dazu. Kommt gerne mit, seid mit dabei. Ja, das hört sich echt gigantisch an. Wow, hier auf dem Holzsteg. Wow, herrlich. Eine lange Ruhebank. Da kann man sich auch einfach gemütlich hinsetzen, entspannen und zur Ruhe kommen. Und natürlich die wunderschöne Aussicht hier anschauen. Gigantische Aussicht hier auf dem Lotharpfad. Jetzt habe ich auch ein Lotharpfadwegschild entdeckt. Bitte immer gerne dem Lotharpfadwegschild folgen. Jetzt befinde ich mich auf einem Holzsteg auf dem Lotharpfad. Wow, sehr gigantisch. Das kann ich sehr gerne empfehlen, dass ihr das auch einfach mal hierher kommt zum Lotharpfad und die Wanderung gerne mal nachmachen möchtet. Danke, himmlischer Vater. Es ist so gigantisch hier zu wandern auf dem Lotharpfad. Und jetzt, wie man auch hinter mir sieht, die wunderschöne grüne Bäume. Das finde ich echt sehr beeindruckend. Beeindruckend, halleluja. Wow, herrlich, so beeindruckend. Da kann ich nur staunen. So gigantisch. Hier hat es auch ein Seil. Da kann man sich dran festheben. Und hier ist eine Holztreppe. Da kannst du dann hochlaufen. Ich finde es so faszinierend, hier auf dem Lotharpfad, die wunderschöne Wanderwege. Und dann kommen immer schon herrlich, wunderschöne Aussichten. Echt beeindruckend. So beeindruckend hier. Der Steg auf dem Lotharpfad. Kann man sich schon hier festhalten. Und hier geht ja wunderschöne Lotharpfad. Hier rum im wilden Baum. Wow, beeindruckend, wunderschöner Lotharpfad. Und dafür kann ich den Herrn nur danken. Die wunderschöne Aussichten hier. Und wie der einfach der Lotharpfad hier angebaut ist. Wunderschön. Kann ich nur danken dafür. Hier sieht man auch langsam kommt das Ende. Wunderschöne Aussicht hier auf den Südschwarzwald. Und ganz da hinten ist der Feldberg zu sehen. Wie hat dir die Wanderung gefallen? Schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare hinein. Lasst gerne einen Like da. Hier könnt ihr abonnieren. Hier werden weitere Videos angezeigt. Da würde ich sehr gerne das Video empfehlen. Wow, wunderschöne Wanderungen auf der Horniskrinde. Und die Big Five Animals. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.